So, was? Noch etwas? Herr Abertin? Haben Sie den Mann schon mal gesehen? Wer ist das? Wer ist denn der Typ? Herr Abertin? Das soll ja scheiß. Willst du was anhören oder was? Ich will jetzt endlich gehen. Wer ist das? Wer ist denn der Typ? Die beiden kennen mich. Herr Abertin, haben Sie den Mann schon mal gesehen? Ich will jetzt Ihnen das Boot tatsächlich mal gefunden. Aber das ist der Bauer. Das ist Bänd nichts nachzuhören. Der ist der Bauer. Okay. Tschüss. Gut. Bravo. Gut. Gut!